Du studierst Germanistik in Göttingen und willst ein Referat über einen mittelalterlichen Text halten? Oder du stehst vor deiner ersten Hausarbeit in der germanistischen Medievistik und weißt nicht, womit du anfangen sollst? Dann bist du hier richtig. Eines unserer wichtigsten Nachschlagewerke in der Altgermanistik, das Verfasserlexikon, haben wir von der Mittelaltergermanistik dir bereits in einem anderen Video vorgestellt. Hier zeigen wir dir jetzt, wie du dich in diesem Lexikon zurecht findest. Für deinen Umgang mit dem Verfasserlexikon ist es wichtig zu wissen, dass die Artikel immer so aufgebaut sind, dass dein Auge möglichst schnell die gesuchten Informationen findet. Zur optimalen Orientierung sind die Artikel und ihre Unterkapitel systematisch gegliedert und mit einem Inhaltsverzeichnis ausgestattet. Diese Struktur hilft dir schon beim Überfliegen des Artikels zu erkennen, worum es an einem bestimmten Abschnitt geht. Die Einträge sind nicht essayistisch verfasst, sondern wollen so neutral wie möglich essentielle Informationen vermitteln. Um den effizienten Gebrauch sicherzustellen, gibt es zahlreiche Querverweise und Abkürzungen. Nach der ersten Erwähnung werden zum Beispiel Werktitel bei jeder weiteren Nennung abgekürzt. Solche Abkürzungen können den Lesefluss zwar etwas stören, aber du gewöhnst dich bestimmt schnell daran. Oft hilft dir dabei auch das Abkürzungsverzeichnis im ersten Band weiter. Schauen wir uns ein Beispiel an. Angenommen, du interessierst dich für Hartmann von Aue. Er ist schließlich einer der berühmtesten Autoren des Mittelalters, weil er den ersten deutschsprachigen Artus-Roman verfasst hat. Der Anfangsbuchstabe seines Namens ist H, deswegen greifen wir zum dritten Band des Verfasserlexikons. Der Artikel zu Hartmann von Aue ist in einzelne Abschnitte untergliedert. Er beginnt mit Hartmann als historischer Person und den Spekulationen, die sich um seinen Beinamen von Aue ranken. Aber über Hartmanns Leben ist fast nur das bekannt, wovon er selbst in seinen Texten schreibt. Das ist nicht besonders viel. Und diese Informationen sind unzuverlässig, weil sie aus den Texten abgeleitet wurden. Trotzdem lässt sich zumindest über die erschlossene Datierung seiner Werke feststellen, dass Hartmann in den letzten zwei Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts bis kurz nach 1200 lebte. Außerdem zeigen seine Texte, dass er eine fundierte Schulbildung erhalten hat. Solche Informationen und Eckdaten findest du stets am Anfang eines Artikels zu den VerfasserInnen. Weil wir so wenig über Hartmann wissen, liegt in diesem Artikel, wie so oft im Verfasserlexikon, ein Schwerpunkt auf seinen Werken. Diese sind nach Gattungen und chronologisch nach Datierungen geordnet. Unter dem Punkt Lieder werden Hartmanns lyrische Texte über die Minne zusammengefasst. Die größeren epischen Texte, wie seine berühmten Arthus-Romane, erhalten jeweils einen eigenen Unterpunkt. Diese wiederum sind in einzelne Abschnitte gegliedert. Darin werden dann Überlieferungen, Textausgaben und Inhalt vorgestellt. Am Ende des Hartmann-Artikels findest du einen Abschnitt zur Nachwirkung seiner Texte. Hier gibt es Hinweise darauf, wie Hartmanns Werke von seinen Zeitgenossen und Nachfolgern rezipiert wurden. Den Abschluss jedes Artikels bildet eine Liste mit Forschungsliteratur, die für dessen Erstellung bedeutsam war. Ganz am Ende findest du den Namen der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers, der oder die den Artikel verfasst hat. Wenn du einen Artikel aus dem Verfasserlexikon zitieren möchtest, musst du immer diesen Namen mit angeben. Und jetzt bist du gut gewappnet, um eigenständig im Verfasserlexikon zu recherchieren.